Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Falls ihr euch fragt, warum ich so aussehe, hoffe ich, dass ihr das letzte Video gesehen habt, sonst müsst ihr ja denken, ich bin komplett behindert. Ganz genau, wir sind jetzt auf dem Weg, zieht euch einfach rein, wo wir hingehen und was wir machen. Warum drehst du dich denn eigentlich mal weg von den Leuten? Wir sind jetzt angekommen übrigens im Paradies. Gucken wir sich alle ganz verdutzt an. Hast du kühlst du schon? Ja. 35.500. Das sind 45.500. Das sind? Zehner. Diesen ganzen Haufen Donuts kaufst du in Zehner? Für die Freunde, die jetzt wieder rumholen und sagen, du isst doch eigentlich keinen Dienst und das. Es gibt in Ibagué, das ist ja ein kolumbianisches Dorf. Es gibt hier keinen veganen Donuts. Musst du ein bisschen Undercover filmen. Ey, was jetzt auch gut ist, die hier wäre? Wir versuchen Männer aufzuweisen. Oder? Ja? Wohin geht's denn? Abo hässlich. Du bist Abo hässlich. Ach so, wenn wir unser Date haben, halten wir dann eigentlich auch Händchen. Hast du gesehen, wie viel Abstand sie genommen hat? Diese Frau, sie hat einfach 5 Kilometer Abstand gemacht. Machst du noch Handschuhe an? Wie aussah, ob ich Windpocken habe oder so? Machst du auch Windpocken. Kann niemand reinkaufen sehen oder was? Das weiß ja so. In Colombia muss man einen Bonk zeigen. Bevor man rausgeht, wenn man das klauen vermeiden möchte, deswegen zeigt man den Bonk. Ich vergesse die ganze Zeit nicht aus hier. Bis ich Menschen ins Gesicht gucke und sehe, wie ich mich angucken. Machst du mal so ne Scheiße? Ob du so ne Scheiße machst, frag ich dich. Weil ich gerade was gegessen habe, was Ultraschart ist. Mein ganzes Maul brennt. Ich schlage es an beim ersten Netz, ist doch geil. Ja, ja, aber nicht so. Weißt du, was ich jetzt mache? Ne, warten. Jetzt endlich, finally, jetzt vorbei. Wie? Dieser Schwenker. Hä, nein. Verabschiedet euch von der Mona Brauer und diese Mülle in meinem Gesicht. Die Naming fabriziert was. Ist das? Ne. Brauche ich Seife, ja? Du brauchst Seife, ja. Wie schön mich. Dein Gesicht waschen? Ja. Und wieder. Was hast du getan? Das geht gar nicht richtig ab. Ich hab gerade schon Seife genommen. Ich sag, wir haben eine Minute Zeit. Weil ich sage, wir schaffen das. Ich sag sogar 2 Minuten 30. Das wären sogar 10 Minuten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Donuts. Okay. Hier. Los. Ja, warte. 2 Minuten, 2 Minuten 30? Es geht ja eh darum, wer mehr ist. Ich glaube, dass irgendwann einfach irgendjemand nicht mehr kann. In 2 Minuten? Da hast du noch gar kein Sättigungsgefühl. Ich muss irgendwie richtig hinsetzen, dass ich richtig Dings attackieren kann. Ja. In 30 ist viel zu lange. Ich sag eine Minute. Weiß ich. In 2. 2 Minuten. Was ist das für ne komische Zahl? Unsere 30. Auf die Plätze. Fertig. Was ist das so spannend? Oah. Guck. 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 Boah, ich habe jetzt die einfache Vorken. Eih. 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 Guck. Drei Sekunden schon. Uah, das ist scheiße. Guck. Oh Gott. Man fühlt sich runter. Ich habe noch 40 Sekunden. Oh, wie war das? Das ist so dumm. Wir werden uns beide jetzt nur noch einer reinquetschen können. Ich war länger nur 10 Minuten. Danke. Das war Nummer zwei Grad bei mir, ne? Welcher ist das? Das ist der dritte. Ah, das war ein Stück länger. Boah. 10 Sekunden. Wir hätten genau gleich viel geschafft. Ich mache für den ganzen Minuten das. Weiter. Also vier Minuten das Blödsinn. Ich habe noch gar nicht gesagt, was mit der Partierer passiert, ne? Wir haben jetzt noch 1 Minute 30 und wir haben gerade beide drei gegessen. Ich würde wieder darauf hinauslaufen. Ich würde beide gleich den Mut haben. Zwei Minuten das ist mit dem, das wir jetzt kochen. Das ist mit dem. Wie... Wir haben am Kotz, den der eine biter ist. Und die Musik mit der Interpretation. Wir haben einen Kotz, das wir hier haben. Aber wir haben jetzt hier 10 Sekunden. Ich würde oft zu empfehlen. Ja. Wir haben jetzt mal 10 Sekunden. Ja. Aber wir haben. Ja, die ist mit dem Kotzigkeit. Übertreib nicht! Was ist das? 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 Du hast nur gewonnen, wenn du es runterflupst. Ich treff dich. Sonst habe ich es gebacken. Ich habe ein Stück von dem gegessen. Ich treff dich. Wenn ich heute Nacht treffe, rufe ich dich in mein Zimmer. Hier oben. Das ist so eklig. Boah, das ist so gellig. Ab dem heutigen Tag kann ich mich mit Donuts jagen. Also, mich zwingst es runterzuschlippen, du Arsch. Du weißt genau, was du verloren hast. Schmeckt. Ach, du weißt verloren, wenn es runter ist. Mhhh. Mhhh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde dich sowas von einem Kuhscheiß einreiben. Oh. 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 Wie geht's dir? Ich kotze. Bist du gleich am kotzen? Ja. Bist du aber kotzig? Oh. Kannst du bitte nicht in meinen Bauch piksen? Oh, mir ist so schlecht. Das ist bei so einem Schwein. Ja. Ja. Ab und weiter. Oh Gott, mir ist wirklich schlecht. Ich mach grad keinen Spaß oder so. Ich schaff gar nichts mehr. Du bist voll gefressen, um zu filmen. Komm, leg dich zu mir, Shabab. Ey, wie kommst du die ganze Zeit hoch, ne? Mhm. Siehst du meine Augen? Ja. Aber weil du liegst auch. Ja, ich liege. Ja. Deswegen stößt es doch die ganze Zeit. Oh. Wow. Hahaha. Ey, das ist gar nicht lustig. Hahaha. Oh, du bist so ein Schwein. Das ist doch viel besser als meine, wo ich da abkomme. Hahaha. Man kotzt doch einfach aus. Ich kann nicht kotzen. Nee, ich könnte wirklich einfach kotzen. Mhm. Oh, ich esse nie wieder mal in dem Oreos oder Donuts. Oh. Oh. Warum filmst du weiter? Was hast du? Also was? Ich kann von mir sehen, dass du noch kotzen. Eigentlich ist nicht schlecht. Was? Oh. Mach doch mal meine Tür zu. Hahaha. Das ist aber leer. Ui. Geht's dir gut? Jetzt geht's mir besser. Jetzt ist der Leute traurig, wenn man sich vor seinem Essen verabschiedet wird. Hahaha. Ey, können wir das reinschneiden? Das ist die asozialste Folge überhaupt. Muuu. 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 Na? Freust du dich auf deine Bestrafung? Muuu. Muuu. Freuen wir dich? Ich rede gar mit meinen Kühen. Bist du mich vielleicht mal in Ruhe? Entschuldigung. So. Jetzt wo wir hier bei deinen Trebabs sind. Ich weiß gar nicht, ob wir schon erwähnt haben, was die Strafe war. Die Strafe war auf einer Kuh reiten. Nein, das war nicht die Strafe. Ist genau was die Strafe war, der mir sagt. Kühen sprechen. Auch nicht. Auch nicht. Man muss sich von einer Kuh richtig mit den Horn ranlassen. Nein. Okay. Kuh scheiße treten. Ja. Aber wie? Nackt. 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 Nackten Füßen, ja. Ach so. Du kannst auch dich ganz nackt ausziehen, wenn du willst. Nackt. Ich dachte, ich sollte es ganz nackt machen. Können wir auch machen. Guck mal, ich finde diesen Haufen hier richtig gut. So ein richtig schöner, frischer, dünnsches Kuhhaufen. Ist das nicht toll? Aber nur mit einem Kuh, oder? Mit beiden. Mit beiden, oder? Ja. Ach du Scheiße. So Leute. Willkommen bei Jackass. Und sich rumfliegen auch so ein, zwei Scheißhausfliegen. Ich weiß. Das ist eine Kooperation mit Jackass. Weil Jackass voll immer loskommt. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Beim Basten ist das. Das ist ekelig. Oh mein Gott. Wie hat sich das angefühlt? Zeig mal deine Füße. Zeig mal deine Füße. Oh, das stinkt so. Warum rennst du denn weg? Ja. Du hast doch die Leute deine Füße zeigen. Mhhh. Kacke Fuß. Zeig mal. Ja. Denkst du dich nämlich jetzt im Auto nützt? Das klebt richtig alles. Auf alles was ich hier laufe, klickt gerade unter mein Fuß. Boah, du stinkst nach Scheiße, Junge. Hat sich mal wascheniert? Boah, du stinkst nach Kacke. Damien stinkt nach Scheiße. Damien stinkt nach Scheiße. Damien stinkt nach Scheiße. Warum wässt du denn zuerst dein Schuh? Nee. Wie, nee? Kommen wir zusammen? Ja, das ist dein Problem. Du musst deine Hände auch noch mit der Kacke einschmieren. Okay, Freunde, das ist Desaster. Müsst ihr euch nicht antworten. Ich sag schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hab ich gefreut. Tschüss. Lieb dich. Wie liebst du? Ach so, deine zukünftige? Naja. Die würdest du auch sehen? Ja, dann versuch mal. Weißt du, dass ich ein Mann bin, der zu deinen Worten steht? Du stinkst nach Kacke. Du gehst nach Kacke, 12 oder Dr